Der Schäven-Regierung Die zu großen Teilen von galaktischen Verbrecher-Syndikaten finanziert wird In letzter Zeit wurde beobachtet, wie Schäven, Sklaven und Gesandte, Söldner, Plünderer und andere Unterweltbewohner kontaktierten Alle imperialen Bürger werden gebeten Wer zum... Ich will, dass diese Störung sofort zurückverfolgt wird Unterbricht doch endlich jemand diese Übertragung Untertitelung des ZDF für funk, 2017